Der Schäpple-Monkey und der Hauder-Besler. Sie ist einmal zu spät am Abend, der schon der Skibeut so durchs Gachle-Mass gefordert hat. Über ein paar Meter hängen ist ihm Erfetli zugelaufen. Ich kenne Franz Hohler seit mehr als 30 Jahren. An einem Septembermorgen brechen wir auf, zweimal 70 Jahre, über 70 Kilometer zu Fuss unterwegs zum Sentis. Da sagt plötzlich Hauder-Besler zu Schäpple-Monkey, Stil, was zibbeln der neben Tobelöl ins Gerachtigen Ufo ab? Hey, DIRZWEEN! Ich bin ein KMU, ein kulturelles mittleres Unternehmen. Schichtenschick, Schokolade, Postkarte vom Flieger. Als ich von der Uni weg bin und angefangen habe aufgetreten, habe ich gedacht, das ist es, das muss man ernähren. Man hat ja nicht gewusst, ob das etwas Gescheites ist, was er so macht. Manchmal hätte es mir schon ein bisschen ausgehängt, zum Beispiel bei der Drachenjagd. Er hätte gesagt, man könnte doch im Garten noch ein Häuschen für diesen Drachen bauen. Auf unserer Wanderung gibt es für Franz ein paar Überraschungen. René, guten Morgen! Ich bin Franz und das ist der René, der sagt nichts. Ich sage nichts. Hi, Hasper! Überfalt er, das wäre jetzt nicht ein Begriff, den ich gebraucht hätte. Die Kapelle, ich will dir zeigen, Franz. Oh! Das ist ein bisschen das Cello, der Pfohl. Der oberste Visionär, ich werde nicht Soldat, vollbringe Heldentat in unserem Militär. Wenn Sie in unserem Medium arbeiten, dann wissen Sie, dass es eine Konzession gibt. Aber das gibt es ja nicht. Dann sagt man, wir geben in ein Studio, Sie dürfen sagen, was Sie dürfen machen. Ich bin zu Göschen demonstrieren, weil ich gegen die Atomkraft bin. Darauf laden mit Kernkraft her zu einer kleinen Besichtigung ein. Unsere Meinung ist komplett verschieden, aber was verrückt ist denn, es sind alle so nett, wirklich.